Es kommen noch zwei. Alles! Hopp! Hopp! Vielen Dank Schiffenbeider und Landesvollesbeider! Ich darf natürlich auch noch hinweisen, bevor ich jetzt mein Glück an den Pass versuche, auf unsere Band heute Abend. Jetzt gleich ab 19 Uhr die Band Teamwork. Hier im Hintergrund werden sicherlich für gute Unterhaltung sorgen. Euch Toi 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 und ich drücke uns allen die Daumen, dass das Wetter besser wird. So, dann streiten wir zur Tat. Ja, das ist gut! Das sind immer die Vorsteinfässer.